Bereit halten für Missions-Briefing. Achtung Crew, die Sieben haben eine Nachricht von Geno und Dr. Sloan abgefangen. Vorhin erreicht das Waffensystem des imaginierten Ordens früher als erwartet einen kritischen Punkt. Wenn wir es jetzt nicht aufhalten, wird alles auf der Insel zerstört. Die beste Mech-Pilotin der Realität wird die Mission anführen. Sie wird die Steuerung übernehmen, ihr und das Team die Waffen. Die Brücke gehört dir, Paradigma. Waffenteam, zuhören. Heute erledigen wir den imaginierten Org, ein für allemal. Unser Ziel ist Ihr Waffensystem, der Welten beändern. Bodenteam, Status. Bodenteam ist bereit. Die Schilde sind deaktiviert, wenn ihr die Insel erreicht. Man nennt mich nicht umsonst die Legende. Aha, verstanden. Bereit halten für Startsequenz. Bayer zu stellen. Bayer zu stellen. Bayer zu stellen. Bayer zu stellen. Änder in der Entfernung. Bevor wurde es dich erwischt. Neugier zu stellen. Dezunts werden sie die Schilder zu stellen. 5, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14, 15, 16, 14, 16, 16, 17, 17, 14, 16, 17. Waffensysteme sind bereit. Jetzt Bahntut seinen Weg durch die Asteroiden. Kollisionsalarm. Bereit machen für Ausweitmanöver. Los geht's! Achtung, wieder Eintritt. Ich bring' uns runter. Wir müssen den Wettbeänder schnell angreifen. Mach den Weg frei. Ich bring' uns hin. Ähm, Legende? Ich dachte, du kümmerst dich. Ja, ja, ja. Das packen wir schon. Ähm, sobald wir herausfinden, wie. Wir kümmern uns. Ganz genau. Warnung, starkes Energiesetzal entdeckt. Legendeangriff auf 10 Uhr. Achtung, Einschlag! Energie in den Herzbrecher umleiten. Vollstreffer! Gefahr eliminiert. Bein Siege, der Elemente oder Konzentrin versштab. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 0, 1, 5, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 4, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 5, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 1, 1. Riesel, gehst du ein Erdung für dich. Narcaten aufschreiben! Wir lassen zu viele durch! Riesel, halt auf das Thema kürtisch. Paradigma, antworte! Hörst du mich? Bin hier. Sind außer Gefecht. Systeme beschädigt. Ohne Reparaturen stecken wir hier fest. Keine Sorge, ich kenn da wen. Das ist dein Moment, Kumpel. Wissen Versuch wert? Ohne Reparaturen. Energie ist wiederherstellungslos. Systeme bleiben. Ich fasse es nicht, dass das funktioniert. Bravo, Charlie. Wir sind wieder am Start. Ah, ich bin nicht. Steh mal, da lehnt es euch ab. Rücken! Ich sehe dort übernada. Erlebt mich! Die Schilder sind ausgeschaltet. Das Ding ist ungeschützt. Wir sind unterwegs. Licht klingeln, aktiviert. Ich erledige die Luftschiffe. Kümmert ihr euch um die Bodentrumpen. Alle feindlichen Kräfte wurden eliminiert. Das ist unser Schatz. Energie in den Klingenschlag. Leidliche Ladungen entdeckt. Wartet! Aus hier! Aus hier! Los! Lass doch zu. Energie in den Klingenschlag entdeckt. Kaltstopp-System offline. Waffensystem offline. Hört ihr mich? Liegt seine Hütte. Los! Auf die Beine! Kommt! Sloane freut sich eher nicht, dass wir hier sind. Ich sehe Sie, Jones! Und sie hat ein Panzer! Also weg hier! Kommt runter und folgt mir! Halt für Schuss! Sie können sich nicht ewig von dir verstecken! Hälfte gegen diese Waffen! System bei 25 Prozent. Wenn der Nullpunkt die Kristalle oben am Weltenbeender berührt, dann endet alles. Der Nullpunkt wechselt die Realität. Bleibt auf Abstand. Außer ihr wollt na, wohin auch immer. Bewegung! Niemand geht, bis alle Teile ausgeschaltet sind. Erledigt sie! Achtung! Ich mach's! Hey! Hier drüben! Hey, tiefen! High five! High five! High five! High five! High five! High five! 60 Prozent und steigen! Schon? Komm schon! Sie geben wohl nie auf. Bin aber froh, dass Sie da sind. Endlich bekomme ich die Chance, das hier zu Ende zu brennen. Ja! Und wieder online. Verstanden. Jules, wir brauchen mehr Zeit. Halt, 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 halt. Nicht schießen. Sloan, das geht auch anders. Immer so dramatisch. Noch irgendwelche letzten Worte, Jules? Ähm, Vorsicht. Ich, äh, dachte ich gehe euch zur Hand. Willkommen zurück, Paradigma. Äh, wer ist das? Der Nullpunkt ist auf China gerichtet. Das ist unsere Chance, ihn zu finden. Los! Okay, jetzt liegt es bei uns. Wir haben nicht viel Zeit. Diese Kristalle zerstören gleich den Nullpunkt. Kümmert euch! Der Nullpunkt ist fast hoch. Nein, nein, nein. Das war's! Geschafft! Keine Sorge, ich bin da. Untertitelung des ZDF, 2020 Bye-bye. Bye-bye.